Ja, schönen guten Abend, schön euch alle zu sehen. Ja, es ist schön, dass wir mal mittwochs in so einer großen Runde sind, das ist echt cool. Ja, es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, mittwochs abends, mitten in der Woche, nochmal zusammen zu kommen, Gott zu preisen, ihn gemeinsam anzubeten. Ja, sein Wort in uns aufzunehmen, er will uns füttern, Tag für Tag mit seinem Wort und ja, mittwochs machen wir das hier abends auch und es ist eine tolle Möglichkeit, also lasst uns das auch nutzen. Wie gesagt, wir haben eigentlich so eine gute Möglichkeit hier. Und ja, wir sind im zweiten Buch Mose und es ist ein wunderbares Buch. Es geht um das Buch Exodus genannt, im Lateinischen, das bedeutet Auszug, Auszug aus Ägypten. Das ist das Thema dieses Buches, der Auszug aus Ägypten. Und ja, es ist auch ein Buch, was über Erlösung spricht, über Befreiung. Und das ist das Wunderbare. Dieses Buch ist in dem Sinne eine Prophetie auf Christus, auf den Erlöser, auf den Retter, den Retter Israels, den Retter der ganzen Welt. Und insofern findet man auch im zentralen Passagen dieses Buches, wenn es dann um die konkrete Erlösung Israels geht, dann geht es um das Passafest. Es geht um das Lamm Gottes, das Lamm, das geschlachtet wurde und durch dessen Blut die Israeliten verschont wurden vor der großen Strafe, die über Ägypten gekommen ist. Und Paulus sagt, unser Passalam ist auch geschlachtet. Das ist Christus. So spricht dieses ganze Buch von unserem Erlöser und von unserer Erlösung. Wir können uns daran erfreuen und können immer wieder, wenn wir das mitverfolgen sozusagen, wie Gott Mose gesandt hat als Retter Israels, wie er dann hineingekommen ist, wie er mit dem Pharao gesprochen hat, wie der Pharao versucht, das Volk festzuhalten. Wir sehen darin all diese geistlichen Kämpfe um unsere Seele. Wir sehen den geistlichen Kampf Gottes um die Menschen. Und als Erinnerung möchte ich nur ein paar Verse vorlesen aus Lukas Evangelium Kapitel 4. Wir haben ja lange Zeit das Lukas Evangelium gelesen, hier in diesen Räumen am Sonntag immer. und programmatisch über diesem ganzen Evangelium beschreibt Lukas ziemlich am Anfang das Wirken von Jesu, des Wirkens Jesu, wie er nach Nazareth gekommen ist und wie er dort aus der Schriftrolle vorgelesen hat, aus den prophetischen Schriften und wie er sozusagen programmatisch über seinen Dienst diese Verse aus Jesaja gelesen hat. Er liest Jesaja 61, glaube ich, und da liest er und zwar in Lukas 4 Vers 18. Jesus liest vor, er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn, ein Gnadenja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und er setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet, mitten im Gottesdienst. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, und seine Predigt bestand nur in diesem einen Satz, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Möge Gott mir geben, dass ich manchmal so kurz predigen könnte. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist das, was vorher zu lesen war, als er getauft wurde. Die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihn. Etwas, was er auch seiner Gemeinde geschenkt hat. Jesus hat seiner Braut dasselbe Geschenk gemacht, was der Vater ihm gemacht hat. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen auf seine Gemeinde. Und das ist was Interessantes. Wir sehen diese ganze Sache mit der Ausgießung des Geistes immer so individuell. Eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Erlebnis, eine persönliche Sache. Aber wenn du die Bibel betrachtest, du siehst die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es geht um die Gemeinde. Es geht um die Gläubigen. Sie empfangen den Heiligen Geist. Er wird auf sie ausgegossen. Die Gemeinde als die Braut Christi empfängt, diese Kraft, um Zeuge für Jesus zu sein. Und also Jesus hatte den Heiligen Geist empfangen. Er beschreibt das hier. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das bedeutet auch die Salbung. Der Heilige Geist wird auch als Salbung bezeichnet. Diese Taufe kann man auch begreifen als seine Königssalbung. Er ist der Gesalbte. So kam der Geist auf Saul, den König Israels, den ersten König Israels. So kam der Geist auf David, den Vorfahren Jesu. Er wurde mit Öl gesalbt vom Propheten und der Geist kam auf ihn. Der Geist, der ihn befähigt hat, diesen Königsdienst auszuüben. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und zwar, was ist seine Aufgabe als König, als Messias? Die Herrschaft Gottes, worin besteht sie? Dass Armen guten Botschaft verkündet wird. Nicht den Reichen, nicht den Mächtigen, nicht denen, die schon satt sind, sondern denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Denen, die zerschlagen sind, die gescheitert sind. Denen, die unterdrückt werden, den Sklaven in Israel. Die, die unter der Herrschaft der Finsternis leiden, die gefangen sind, denen gilt die Botschaft. Denen gilt dieser Dienst Jesu. Er kommt, um gute Botschaft den Armen zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und bist du ein Gefangener? Ich will dich freimachen, sagt Christus. So ist die Errettung, Erlösung Israels ein wunderbares Bild. Die Gefangenen, die, die geknechtet und versklavt waren in Ägypten. Gott sagt, gib her. Lass sie frei. Lass mein Volk ziehen. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft von Mose, die er weitergibt von Gott. Das ist Gottes Botschaft an den Pharao. Aber es ist auch die Botschaft unseres Königs, unseres Retters an den Fürsten dieser Welt, den Beherrscher des geistlichen Ägyptens. Lass mein Volk ziehen. Ich habe sie erlöst. Ich habe bezahlt für sie. Sie sind mein. Freiheit auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen. Die Blinden sollen sehen. Sie sollen nicht blind bleiben. Sie sollen nicht in dieser Versklavung, in ihrem blinden Gehorsam, in ihrer blinden Unterordnung unter den Fürsten dieser Welt bleiben. Sondern sie sollen ins Licht treten und den wahren Herrn erkennen, den wahren König, den wahren Gott. Die Israeliten waren in Ägypten und sie haben über Generationen dort gelebt. Und wie das so ist, wenn man über Generationen in einem Land lebt, wenn man noch so sehr auch sein eigenes Ghetto pflegt, man wird doch von der Kultur beeinflusst, in der man lebt. Und so ist der Götzendienst in Ägypten nicht etwas gewesen, wovon Israel irgendwie verschont geblieben ist. Sie waren blind geworden. Wie Mose sagt, welchen Namen soll ich denn sagen? Welcher Gott ist es denn sozusagen, den ich den Israeliten präsentieren soll? Die Blinden sollen wieder sehen, sie sollen erkennen, dass Jahwe ihr Gott ist. Der Einzige, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das Andere sind alles Götzen, Nichtse. Sie sind nichts. Paulus sagt, es sind Dämonen, es sind abgefallene Engel, die dahinter stehen, die ihre Macht darin entfalten, in diesem Götzendienst. Aber das sind keine Götter. Es gibt keine anderen Götter. Es gibt nur den einen wahren Götter. Und zu diesem Sehen will Gott sein Volk führen. Aus dieser Blindheit will er sie herausführen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Nicht nur aus der Gefangenschaft herausrufen, sondern diese Zerschlagenen zu senden, dass sie selbst zu Boten des Friedens werden, Boten der Freude, Boten der Errettung und Erlösung. Auszurufen ein angenehmes Jahr, das Gnadenjahr des Herrn, wo alle Sünde vergeben wird, wo alles wieder neu gemacht wird, alles erneuert wird. Siehe, wenn jemand in Christus, in dem König, in dem Erretter ist, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist es, wozu Christus gekommen ist. Das ist unser Erlöser, unser Erretter, den wir heute Abend feiern. Und wenn wir ins zweite Buch Mose gehen und diese Dinge lesen, wie gesagt, dann sind das Dinge, die mit dieser Erlösung zu tun haben. Sie sind ein Bild, sie sind ein prophetisches Bild für uns, das wir erkennen können. Das ist das, was Gott mit Israel getan hat. Aber das ist auch etwas, was Gott in Christus für uns und mit uns getan hat. Wir gehen jetzt in Kapitel 5 von zweitem Buch Mose. Da steht, danach gingen Mose und Aaron. Wonach? Danach, als sie nämlich Mose und Aaron zu den Ältesten der Söhne Israel gegangen waren, wo sie alles weitergegeben haben, was Gott ihnen gesagt hatte, wo sie die Zeichen vor den Augen des Volkes getan hatten. Und das Volk glaubte ihnen. So wie das Volk Israel sich gefreut hat an Jesus, als er gekommen ist und die Zeichen und Wunder tat. So viele, die sich ausstrecken nach Jesus und etwas bei ihm suchen, sie merken, von ihm geht Kraft aus, von ihm geht Heil aus. Wir wollen ihn berühren. Wir wollen, dass er unsere Krankheiten heilt. Ja, und er tut es. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Und doch kommt der Tag, wo sie schreien, kreuziger, kreuziger. Sie haben ihn angenommen, sie haben die Zeichen gesehen. So Mose und Aaron kommen und tun die Zeichen und sie nehmen ihn im Glauben auf. Sie nehmen das an. Ja, du bist gekommen. Wunderbar. Rette uns, Mose. Geh uns voran. Sie glauben. Und das hatte Gott ihnen Mose vorausgesagt. In Kapitel 3 hatte er Mose gesagt, das Volk wird dir glauben. Und so war Mose völlig ermutigt. Er ist hingegangen, er hat die Zeichen getan und er war ja so verängstigt. Er war ja so voller Selbstzweifel. Aber jetzt war er ermutigt. Mensch, Gott hat die Zeichen getan. Ich konnte diese Zeichen tun mit der Kraft Gottes. Und die Israeliten haben es gesehen und sie haben es verstanden, dass Gott sie retten will, dass er sie wieder in die Herrschaft führen will. in die Freiheit führen will. Und sie nehmen das an. So läuft es. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da verneigten sie sich und beteten an. Es war ein richtiger Lobpreis an Betungsgottesdienste, der da ganz spontan entstand. Es geht los. Die Freiheit, sie kommt. Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Sie gehen in den Kampf. Sie gehen hinein in die Auseinandersetzung. Sie konfrontieren den Fürsten der Finsternis mit der Forderung des Herrn. Sie gehen mutig hinein und sagen es diesem König, diesem Mächtigen, den mächtigsten Herrscher auf der Welt. Sie sagen es ihm ins Angesicht, lass mein Volk ziehen. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr? Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch drei Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Das klingt ein bisschen anders als lass mein Volk ziehen. Man merkt schon ein bisschen, ja es ist ein bisschen vorsichtiger. Der Pharao hat so hart geantwortet. Der drückt so eine Härte aus, dieser Kerl. Da kommen wir nicht gegen an. Sie werfen sich in den Kampf, aber da ist Widerstand da und der Widerstand ist heftig. Von oben herab, sagt er, wer ist denn der Jahwe, der Herr? Was willst du denn, du kleiner Futze hier mit deinem Gott? Der König von Ägypten antwortete ihnen, wozu Mose und Aaron? Wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Weiter sagte der Pharao, siehe das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich und ihr wollt sie mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen? Damit nicht genug, dass der Pharao hart antwortet und Mose und Aaron zurückweist, dass er von oben herab Jahwe sozusagen links liegen lässt und sagt, wer ist dieser Typ? Nein, es wird noch heftiger. Er wittert Verschwörung und er ist sowieso unter einem Verschwörungsdenken. Die Israeliten, die werden zu stark, die werden zu groß, die werden zu mächtig. Wir müssen sie klein halten. Wir müssen gegen sie vorgehen. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die rumgehen und es gibt ja so viele davon. Also ist es nun Bill Gates oder ist es irgendwie, sind es die Regierungen, die sich alle verschworen haben? Ist es China oder Trump oder ist es irgendwie die Pharmaindustrie oder ist es der? Irgendwer ist immer schuld und irgendwer hat ein geheimnis Bündnis geschlossen. Aber wisst ihr, was auch sehr beliebt heutzutage ist? Die Juden. Die Juden sind es. Die haben sich verschworen. Das gibt es auch sehr viel. Nee, ja ist gut so, Judith. Gut so. Was? 1. Juli. 1. Juli, was? Dann wird das Westjahr dann endlich Israel. Ja, das lassen wir jetzt mal links liegen. Thomas, darum geht es jetzt gerade nicht. Ja, es sind so viele tatsächlich auch Antisemiten unterwegs. Und das nimmt zu. Es nimmt zu. Es nimmt in unserem Land zu. Thomas. Es nimmt zu von allen Seiten, rechts und links. Es ist egal. Und wir müssen uns hüten vor solchen Verschwörungstheorien. Wisst ihr, Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Wir brauchen keine Angst zu haben vor irgendwelchen Verschwörungen. Wir wissen ganz genau, was Sache ist. Wir kennen, wir wissen Bescheid über den Fürst dieser Welt. Wir wissen über seine Machenschaften und seine Tricks. Wir brauchen keine Angst vor Menschen zu haben. Was können uns Menschen tun? Der Herr ist auf unserer Seite. Das ist die biblische Wahrheit. Und damit müssen wir durchs Leben gehen. Der Pharao, er ist derjenige, der Verschwörungstheorien hat und Verschwörungstheorien sät. Er ist nämlich von Angst, von Angst geleitet. Wisst ihr, der Satan im Endeffekt ist ein armes Würstchen. Er weiß ganz genau, dass er unterliegt und hat Angst. Und aus der Angst heraus wird er so aggressiv. So viele Menschen werden aus Angst heraus aggressiv und versuchen, ihre Angst Herr zu werden, indem sie Gewalt ausüben. Aber sie erreichen nicht ihr Ziel. Es wird alles nur schlimmer. Sie machen die Welt nur schlimmer und zerstören alles. Und so macht es der Satan, so machen wir es, wir Menschen, wenn wir unter der Herrschaft des Satans sind. Wisst ihr, mit unserer Angst sollten wir zu Gott gehen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizumachen. Angst ist ein Gefängnis. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizumachen. Die Liebe treibt die Furcht aus. Der Pharao hat Angst. Und deswegen, aus Angst heraus, verhärtet er sich noch mehr. Anstatt sich zu beugen und dem Herrn die Ehre zu geben und zu sagen, okay, es gibt einen Gott, der ist größer. Und wir haben es als Ägypter ja erfahren in unserer Geschichte. Hätte er sagen können, er hätte die alten Geschichtsbücher aufschlagen können und hätte sehen können, da ist dieser Gott, der Hebräer. Er hat uns vorausgesagt, dass diese sieben Jahre Hungersnot kommen würden. Er hat uns davor bewahrt. Er hat es gemacht, dass ich als Pharao so reich bin. Denn er ist reich geworden durch den Dienst von Josef. Er hätte sich daran erinnern können, aber das hat er nicht. Er hat sich nicht dem Herrn untergeordnet und hat das ernst genommen, sondern er hat Widerstand, er hat sich verhärtet. Er hatte Angst vor den Hebräern. Die sind so zahlreich geworden. Das, was Gott zugesagt hatte, Abraham, ihr sollt so zahlreich werden wie der Sand am Meer. Ihr sollt so zahlreich werden wie die Sterne des Himmels. Das hat er nicht ernst genommen, sondern er hat sich verhärtet. Er hat seine Machtposition gefährdet gesehen und wollte seine Macht erhalten. Und so sieht er jetzt diesen Antrag oder dieses Begehren Gottes, was Mose und Aaron ausrichten, als einen weiteren Angriff. Und er macht es so, wie es der Satan macht. Wenn du eingreifst, dann haut er nochmal stärker rein. Vers 6. Der Pharao befahl am gleichen Tag den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern, ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern. Sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben. Ihr sollt nichts daran kürzen, denn sie sind faul. Darum schreien sie, wir wollen hinziehen, wir wollen unserem Gott opfern. Die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden achten. Das ist die Art und Weise, wie der Pharao hier reagiert. Er zieht die Daumenschrauben an. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hier das Heft des Handelns in der Hand hat, wer hier was zu sagen hat. Da gingen die Antreiber des Volkes und seiner Aufseher hinaus, redeten zum Volk und sagten, so spricht der Pharao, ich gebe euch keine Häcksel mehr. Geht selbst hin, holt euch Häcksel, wo ihr es findet, doch von eurer Arbeit wird nichts gekürzt. Darauf zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Strohstoppeln für Häcksel zu sammeln. Und die Antreiber drängten sie und sagten, vollendet eure Arbeiten, die Tagesleistungen an ihrem Tag, wie früher, als noch Häcksel da war. Dazu wurden die Aufseher der Söhne Israel, die die Antreiber des Pharao über sie gesetzt hatten, geschlagen, indem man sagte, warum habt ihr weder gestern noch heute euer Maß an Ziegeln erfüllt, wie bisher? Also das heißt, sie sollten weiter ihre Aufgaben erledigen, wie bisher, nur ihnen wurde kein Material geliefert. Sie mussten sich das Material selbst besorgen und trotzdem dieselbe Menge an Ziegeln abliefern. Welche Grausamkeit, welche Last, welcher Druck. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere das, diese Daumenschrauben, die auf der Arbeit angezogen werden. Ja, du sollst noch zusätzliche Arbeiten übernehmen. Ja, du musst jetzt auch die Dokumentation, die müssen hier, das muss noch dokumentiert werden und das noch dokumentiert werden, aber deine Leistung soll dieselbe sein. Nein, wir können nicht zusätzliche Leute anstellen. Du musst, ihr müsst das zusätzlich noch schaffen. So läuft es. So läuft es auch heute. Die Daumenschrauben werden immer angezogen. Man will immer noch mehr raussaugen. Und das ist der Satan. Er will immer mehr raussaugen. Er ist ein Sklaventreiber. Er will uns fertig machen. Er will immer noch mehr rausholen aus uns. Wisst ihr, der Satan arbeitet ganz perfide, ganz trickreich. Er zieht uns in seinen Bann. Er zieht uns in seine Herrschaft. Er lockt uns. Wisst ihr, später werden die Israeliten sagen, ach, wir gehen lieber zurück nach Ägypten. Und dort hatten wir Knoblauch. Weiß nicht. Gibt es hier jemanden, der Knoblauch mag? Mit Knoblauch fängt man Ulis. Ja, aber die Fleischstöpfe, genau. Irgendwo hat er sie geködert, aber sie mussten hart arbeiten. Und als er sie in der Sklaverei hatte, wisst ihr, dann ist es nicht dabei geblieben, dass sie hart arbeiten mussten. Sondern es wurde immer schlimmer, immer schwerer. Die Gefangenschaft wird immer schlimmer. Wenn du in die Gefangenschaft des Satans hineinkommst, wird es immer schlimmer, immer schlimmer. Ein sehr deutliches Bild dafür ist die Sucht. Wir Menschen rutschen in Süchte hinein. Die verschiedensten Arten von Süchte. Der Teufel füttert uns an. Wir fallen drauf rein und wir fangen an, ihm zu dienen, dem Fürsten dieser Welt. Und dann wird es immer schlimmer. Es wird immer schmerzvoller. Es wird immer, er saugt uns aus. Wir hecheln hinterher und wir kommen nicht hinterher. Und wir haben am Ende nichts. Wir sind am Ende völlig leer und ausgebrannt. Das ist der Satan. Das ist der Pharao. Der Pharao repräsentiert Satan. Er zeigt uns den Charakter Satans. Satan hat ihn voll unter seiner Fuchtel. Und er verhärtet sein Herz. Er hat ein hartes Herz. Er ist nicht barmherzig. Er ist ein hartherziger Herr. Da gingen die Aufseher der Söhne Israel hinein und schrien zum Pharao. Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Häcksel wird deinen Knechten nicht gegeben. Und doch sagt man zu uns, stell Ziegel her. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen. Und dein Volk wird schuldig. Er antwortete, Faulenzer seid ihr, Faulenzer. Darum sagt ihr, wir wollen hinziehen. Wir wollen dem Herrn opfern. Jetzt geht arbeitet. Häcksel wird euch nicht gegeben. Aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr abliefern. Da sahen sich die Aufseher der Söhne Israel in einer üblen Lage. Weil man sagte, ihr sollt nichts an euren Ziegeln kürzen. Die Tagesleistung an ihrem Tag. Als sie nun vom Pharao herauskamen, trafen sie Mose und Aaron. Kann man das nicht gut verstehen, dass sie jetzt sagen, was habt ihr uns da eingebrockt? Kann man doch gut verstehen, oder? Aber wisst ihr, sie beurteilen die Lage aus ihrer Sklavenmentalität heraus. Ihr habt unseren Herrn wütend gemacht. Darum geht es uns jetzt noch schlechter. Aber Mose und Aaron sind gesandt, um sie zu befreien, um sie zu retten. Und sie hatten das geglaubt. Aber so schnell wendet sich das Blatt. Sie sagen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Da wandte sich Mose an den Herrn. Und das ist das einzig Wahre, was man tun kann in so einer Situation. Wisst ihr, Mose war verzweifelt. Er hat jetzt plötzlich diesen Widerstand gespürt. Und Gott hat es ihm ja vorausgesagt, dass der Pharao ein hartes Herz haben wird. Aber das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Uns ist geweissagt durch Jesus, ihr werdet als meine Jünger, als meine Zeugen leiden. Ihr werdet durch Leiden hindurchgehen. Und manche von uns, wir sagen vielleicht, ja, klar, für Jesus bin ich bereit zu leiden. Jesus, das ist mein Ein und Alles. Egal, wenn ich irgendwelche Einschränkungen hinnehmen muss, ist okay, um Jesu Willen mache ich das. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, haben wir dann diese Freiheit. Und das ist es. Jesus spricht davon. Er sagt zu den Jüngern, ihr braucht keine Angst vor den Menschen zu haben. Die können euch nur das Leben nehmen. Habt Gottes Furcht. Er ist derjenige, der wirklich entscheidet über euer Leben. Aber er ist euer Vater. Und er liebt euch. Und er schützt euch und bewahrt euch. Kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Er achtet auf die kleinen süßen Spatzen, dass keiner verloren geht. Wie viel mehr achtet er auf euch, seine Kinder. Habt keine Menschenfurcht. Sei ein freier Mensch. Nicht mehr von Angst bestimmt, sondern von der Agape Liebe Gottes. Frei, alle Menschen zu lieben, selbst unsere Feinde. Sie zu segnen, für sie zu beten, weil ich bin immer gesegnet, weil ich habe den Herrn der Herren als meinen Papa. Wovor sollte ich Angst haben? Sagt Paulus. Wovor sollte ich Angst haben? Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Diese Freiheit, Geschwister, lass uns darum ringen, lass uns dafür beten. Die Zeiten werden schlechter werden. Die Zeiten werden schlimmer werden. Die Zeiten werden schwieriger werden. Viele Geschwister auf dieser Erde kennen das. Sie wissen, was es heißt, eine Minderheit zu sein, die bedrückt und bedrängt wird, die ausgegrenzt wird, die diskriminiert wird. Die kennen das. Wisst ihr, noch haben wir in unserer Gesellschaft so allgemein dieses Empfinden, dieses Denken, ja, wir sind ja ein christliches Land. Aber die allerwenigsten Menschen in Deutschland sind Kinder Gottes, sind wiedergeborene Kinder Gottes. Und deswegen, es kann schnell gehen, dass wir in einer Ecke stehen. Es fängt schon an, wir merken das schon, dass wir in die Ecke gedrängt werden. Wie verhalten wir uns da drin? Versuchen wir duckmäuserisch uns anzupassen, wie die Sklaven in Ägypten möglichst nicht den Mund aufmachen, damit es nicht noch schlimmer wird? Oder haben wir durch den Geist Gottes die Freiheit, Christus zu bekennen, zu Christus zu stehen, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern Gutes zu tun, wo uns Böses angetan wird? Möge Gott uns das schenken. Lass uns echt dafür beten. Lass uns bereit machen. Seid bereit. Jesus hat uns diese Dinge gesagt, auch vom Leiden, damit wir uns darauf vorbereiten. Nicht, damit wir darüber hinweglesen und denken, naja, im Moment ist ja noch nicht so schlimm und so schlimm wird es ja auch nicht werden. Lass uns vorbereiten im Gebet, dass Gott uns stärkt. Lass uns durch das Wort Gottes uns nähren und stärken, dass wir im Glauben gestärkt sind, sodass wir tatsächlich dem entgegen gehen können. Und wir können das. Wir können das. Wir sehen das bei den Aposteln. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und waren dadurch fähig, Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sein. Sie haben sich nicht mehr eingeschlossen. Die Jünger haben, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, haben sie sich eingeschlossen aus Angst. Sie haben die Türen verschlossen, aber Jesus ist durch die Tür durch. Er kommt durch deine Tür, die du zu verbarrikadiert hast aus Angst. Er kommt dadurch, um dich zu stärken. Friede sei mit dir. Guck mal, ich bin da auch verstanden. Ich habe überwunden. Du brauchst keine Angst zu haben. Er haucht die Jünger an und sagt, er empfangt Heiligen Geist und sie gewinnen an Mut. Und dann sagt er, wartet aber noch, bevor ihr jetzt rausgeht, wartet noch, bis ihr die Fülle, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Und dann, als sie den Heiligen Geist empfangen haben, sie standen auf, sie haben Christus bekannt, obwohl sie wussten, was das für sie bedeuten wird. Und dann kam der Widerstand, dann kam die Verfolgung, dann wurden sie bedroht und sie haben wieder Schiss gekriegt. Aber was haben sie gemacht? Genau dasselbe wie Mose. Herr, wir werden bedroht, wir werden bedrängt. Hilf du uns, dass wir freimütig weiter dich bekennen. So betet Mose auch hier. Vers 22. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt? Aber gerettet hast du dein Volk keineswegs. Er ist voller Zweifel. Er versteht Gott nicht mehr. Dabei hat Gott ihm das gesagt. Der Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Aber es fühlt sich jetzt so hart an. Es fühlt sich so heftig an. Und ja, das Volk beschuldigt Mose. Und Mose, diese Last der Schuld lastet auf ihm schwer. Und er fragt Gott, warum hast du das gemacht? Das Volk leidet ja noch mehr. Aber es ist auch für uns so, Geschwister. Bevor wir das Ziel der Rettung erreichen, die Erlösung des Leibes, Bevor wir das erreichen, müssen wir durch ein Tal hindurch gehen. Aber wir haben den Hirten an unserer Seite, der uns hindurch führt durch dieses Tal. Und wir denken, ja, jetzt muss doch die Rettung kommen. Nein, dann wird es erstmal noch schlimmer. Aber dann kommt die Rettung, dann kommt die Erlösung. Zu seiner Zeit. Der Herr jedoch sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Esak und Jakob erschienen, als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Hier spricht Gott davon, dass hier eine neue Ebene in der Offenbarung Gottes stattfindet, in diesem ganzen Geschehen. die Rettung, der Charakter Gottes, dass er unser Rettergott ist, offenbart sich in höherer Weise hier. Gott der Allmächtige ist Jahwe, unser Retter, der ich bin, der auch ich bin für dich. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen und ich habe an meinen Bund gedacht. Gott erinnert hier Mose einfach nochmal an all diese Dinge, damit er aus seiner Verwirrung herauskommt. Wir brauchen das Wort Gottes, wenn wir in Verwirrung kommen. Warum wird es jetzt noch schlimmer? Eigentlich habe ich doch gedacht, Gott, du machst es jetzt gut, aber jetzt wird es ja noch schlimmer. Warum das? Wir brauchen das Wort Gottes, den Spruch Gottes, dass wir das begreifen und verstehen, was Gottes Plan ist. Und er sagt hier, ich habe das Ächzen der Söhne gehört. Es ist nicht so, dass ich sie noch schlimmer leiden will, weil ich irgendwie Spaß daran habe. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Nein, ich habe es gehört. Es geht mir zu Herzen. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin Yahweh. Ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeitern, Arbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Mose nun redete so zu den Söhnen Israel, aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Da redete der Herr zu Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, er soll die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen. Mose aber redete vor dem Herrn und sagte, siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört, wie sollte da der Pharao mich anhören, zumal ich unbeschnittene Lippen habe, unreine Lippen. Aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinaus zu führen. Gott ermutigt Mose und er gibt ihnen den Auftrag, ermutige das Volk Israel, was in dieser schweren Last ist. Zeige ihnen auf, was das Ziel ist, das Ziel Gottes mit ihrem Leben. Zeige ihnen auf, wo es hingeht, was Gottes Plan ist, was er vorhat. Und Mose redet zu den Söhnen Israel, er ist gehorsam, er tut es. Aber in dieser Situation höre die Israeliten nicht. Warum nicht? aus Verzagtheit oder man kann auch übersetzen aus Ungeduld. Sie sind nicht geistlich reif. Sie sind nicht wirklich gefestigt geistlich. Ja, als Mose kam und die Zeichen getan hat, da glaubten sie. Aber jetzt, wo es noch schwerer wurde, da sind sie ungeduldig. Lass uns da, bevor wir jetzt gleich zum Abendmahl kommen, noch eine Stelle lesen in Markus 4. Vers 14. Jesus erklärt das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann sät das Wort. Mose gibt das Wort Gottes weiter. Die Botschaft, Gott ist gekommen, er hat euch gesehen, er hat euch gehört, er hat euer Elend gesehen, er ist gekommen, um euch zu befreien. Ich werde euch aus Ägypten herausführen, aus der Knechtschaft. Der Sämann sät das Wort. Was hat dieses Wort für einen Zweck? Es soll Glauben fördern. Der Glaube kommt durch die Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. der Sämann sät das Wort. Gott ist in Jesus Christus gekommen und hat gepredigt das Evangelium. Der Geist ist auf mir, dass ich den Armen gute Botschaft bringe, dass ich die Gefangenen frei mache, die Blinden sehend, die Zerschlagenen in Freiheit aussende, das Gnadenjahr des Herrn wird anbrechen. Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Der Pharao macht alles platt. Er sagt, was habt ihr da für Hirngespinste? Niemals werdet ihr aus diesem Land ausziehen, niemals werdet ihr frei werden, ihr werdet immer Sklaven sein. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Ist das nicht eine interessante Parallele? Das Volk Israel, es nimmt mit Freude das Wort Gottes auf. Sie freuen sich, sie beten Gott an, sie freuen sich über die Rettung, die kommen wird und dann kommt Gegenwind und was sagen sie? Was soll das? Was habt ihr gemacht? Und andere sind, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Wisst ihr, dieses Wort ist so wunderbar. Der Gott, der Mächtige, der Allmächtige Gott, er ist euer Gott, euer Freund, euer Retter. Er ist euer Vater, er liebt euch, er will euch herausführen aus dieser Knechtschaft, aus dieser Gefangenschaft, er will euch befreien und er hat ein Land vorgesehen, wo ihr lebt, worin Milch und Honig fließen. Oh, was bringt das für Hoffnung in uns hervor, was für ein Glauben, was für ein Vertrauen, diese wunderbare Botschaft, wenn sie tief in unser Herz fällt und sich entfalten kann. Aber hier sehen wir, was dagegen steht, der Satan versucht es gleich wegzunehmen, er will dir deine Aufmerksamkeit rauben, er beschäftigt dich mit anderen Dingen und der Same fällt gar nicht hinein und dann bläst er zum Gegenangriff und bringt seine Botschaften hinein und lässt es dich fühlen, dass er nicht gewillt ist, dich aus der Gefangenschaft hinaus ziehen zu lassen und das tut weh und wenn du keine Wurzeln hast, dann schmeißt du hin und sagst nee, also das ist mir nicht wert, diese Hoffnung, die mir gebracht wurde, so viel wert ist mir das nicht, dann bleibe ich lieber hier bei meinen Fleischtöpfen. Es tut zwar alles weh, ich bin zwar ein elender Sklave und muss ächzen und stöhnen den ganzen Tag lang, aber ich habe zumindest ein bisschen Fleisch, ein bisschen Knoblauch. Und andere sind die unter die Dornen gesähten Geschwister und das ist die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums, all diese Dinge, die Begierden nach den übrigen Dingen, das sind die Dinge, die uns wegziehen, die die Hoffnung uns rauben, die das Wort zudecken und Gott sagt, halte dich davon fern, löse dich davon, lass das hinter dir, nimm das gute Wort Gottes auf, in dich auf, nähre es, pflege es, diese Hoffnung, diesen Glauben, komm unter die Predigt des Wortes Gottes, dass dein Glaube gestärkt wird, lass dich immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist, dass du erkennst, was der Wille Gottes ist und tu es, lebe da drin, dann hast du dein Haus auf dem Felsen gebaut und da wird kein Sturm zum Einsturz bringen und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen eines dreißig und eines sechzig und eines hundertfach Mose ist enttäuscht die Leute hören nicht aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie Gott lässt nicht locker er sagt Junge das ist so du erlebst hier als Verkündiger des Wortes Gottes du erlebst dasselbe was ich auch erlebe aber lass nicht los am Ende werden wir werde ich siegreich sein lass nicht locker ich werde dich senden und du wirst sie hinaus führen hier steht der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao den König von Ägypten und so ist manchmal der Kampf zweiseitig du kämpfst gegen deine Geschwister und du kämpfst gegen die Welt gegen die Finsternis du kämpfst gegen die Finsternis und du kämpfst gegen das Fleisch nicht nur in deinen Geschwistern sondern auch in dir selbst aber Gott sagt nein ich sende dich ich sende dich dass du das Volk hinaus ziehst hinaus führst dies sind die Häupter oder dies sind Aaron und Mose und das sind Bilder für unseren Herrn Jesus Christus der uns errettet hat der uns erkauft hat der uns freigemacht hat durch sein Leib und durch sein Blut lass uns das feiern lass uns daran freuen lass uns daran festhalten lass uns diese Gnade in dieser Gnade uns festigen durch das Abendmahl dass wir das nehmen und im Glauben Essen und trinken miteinander als ganze Gemeinde so wie wir hier versammelt sind und die die zu Hause sind auch verbunden im Geist dass wir uns freuen an dem was der Herr für uns getan hat und dass wir uns stärken und das können miteinander beten und füreinander beten dass Gott uns stärkt für die Zeit die vor uns liegt da wo Leiden auf uns zu kommen dass wir sie ertragen geduldig dass wir Geduld haben nicht wie das Volk Israel das keine Geduld hatte sondern dass wir Geduld haben dass die Frucht des Geistes die Geduld wächst in uns dass wir dulden können erdulden können ausharren können dass wir das Ziel erreichen dass wir Frucht bringen für den Herrn Vater wir danken dir dass du uns liebst dass du unser Stöhnen und Ächzen gesehen und gehört hast unser Leiden unser Elend gefangen unter der Macht Satans gefangen in der Finsternis gefangen von unseren eigenen Begierden und Lüsten und Süchten und gefangen von unserer Angst danke dass du gekommen bist um uns frei zu machen und wenn du siehst unsere Herzen wenn da irgendwas ist wo wir immer noch in Gefangenschaft leben so bete ich jetzt dass du denjenigen oder diejenige frei machst du bist gekommen um die Freiheit zu führen wenn wir dein Mahl nehmen dann lasst du uns Befreiung erleben durch deinen Geist Befreiung von Sucht Befreiung von Ängsten Befreiung von Sorgen Befreiung von Versklavung in Sünde Danke Herr dass du gekommen bist um uns frei zu machen und wen der Sohn frei macht der ist recht frei wir preisen dich dafür Herr bitten dich dass du das Mahl jetzt segnest wenn wir es nehmen Amen